Und hier mein herzliches Kommen zurück zu Let's Play Wixler Believics at Rangers mit dem siebten Part. Und meine Beliebtheit steckt wieder. Das ist schön zu sehen. So und Blumen hübsch. Und Blumen hübsch. Schön. Und ich habe mich dazu entschieden, dass ich die neue Klamotoren anziehe, damit wir es auch einmal im Spiel-Level gesehen haben. Du hast es geschafft! Ja. Du hast es geschafft! Ja, ich bin auch jemand. Hey! Du hast es geschafft! So. Hier. Oh, das ist nicht mein Tag. Das fängt eigentlich schon wieder gut an. So, die Toren öffnen, mal wie immer. Gems. Ich sehe gerade, ich habe eine neue... ...Face-Buske. Zum Glück seht ihr das nicht. Hehe. Denn die In-App-Video-Funktion nimmt das nicht auf. Das hält nur das Spiel auf. Du musst dich separat aufnehmen. Also mein Kommentar. Ich bin doch. Du hast dich gemacht! Du hast dich gemacht! Ja, du hast dich gemacht! Das war der falsche Text, aber halt auch klar. Halt auch klar. Ich kann nicht schnell reden in Englisch. Hört sich da so komisch an. Äh... Da will ich, glaube ich, noch nicht hin. Ja, durch den 100 Gem Key haben wir ja... ...ein Schlüssel zu viel zu sagen. Also, glaube ich, das erste Mix hätte öffnen sollen, wenn wir den 100 Key noch nicht... ...gehabt hätten. Weil, theoretisch haben wir ja in der letzten Part ja erst das 5 gefunden. Naja... ...und dann. Ich glaube, nur mit dieser Part ja erst das 5. Ich weiß nicht, das ist das 4 in den Mikro genießt. Sorry, immer noch erkältet. Aber ich glaube, ich werde es muten, wenn ich die Stelle finden sollte. Fast nicht, tut es mir leid. Wir geben aber deswegen keinen Dörmer nach unten, das wäre umso ungemein. Bis zum nächsten Mal. ... ... Ich hoffe, ich werde das noch sagen. Die Haare sehen ein wenig Buggy aus, die gehen durch die Arme mit Blumen. Sieht ihr das? Naja. Besser ändert mich das wirklich an das PC-Spiel, da war es auch ein bisschen so. Naja. Gebraucht die Karte. So. Öffnen. 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 dringend und blümchen und blümchen und blümchen hop so 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 jetzt ist ein er er auf und du Vielen Dank. Dass die Plattform auch nie warten kann. Plattform, liebe Plattform, kommt doch wieder zurück. Hallo Jams, hallo Jams. Gamma the Gem. So, jedenfalls wartet diese Plattform. So, und öffnen. Jetzt glaube ich, ich versuche einen Techno-Krug. Und fast nur Jams. Wer denn da sind Jams drin? Oh, das war die Karte. Du hast es geschafft! Aber es war alles, was du benutzt. Ich kann es nicht. Ich will schon neue Karte. Blattform, liebe Blattform, kann wieder zurück. Oh, okay. Ich habe gerade die E-Mail erhalten, dass ich das 100. Abonnent bekommen habe auf YouTube. So, jetzt brauche ich ein Thema für ein 100 Abonnenten-Special. Oh, jedenfalls meint das gerade Kuppel von mir auf Facebook. Schön, dass ich die Benachrichtigungen an meinem Handy sehe, aber ihr nicht. Hat jemand eine Idee für ein 100 Abonnenten-Special? Hm, hm, mir fällt nämlich nichts weg. Ich kann auch kein Antworten und Frage-Video machen, weil niemand Fragen steckt. Well, 100 subscribers on my channel. It reminds me that I never said in this video, Please, subscribe! White cannons below. No, white cannons below. I'll need to refresh my English grammar. Woah, that was close. Don't forget to subscribe my channel and give me a thumbs up for this video if you liked it. Now, if you liked that video, then give me a thumbs up. You did it! Four more! Yeah! I wouldn't even need to refresh my English. But it wasn't the badge. Right? Right? Well, we heard. 100, there is collected some four left. There is collected some four left. Only four left. Three. We collected 100 jets. 100 und 3 104 100 110 You know I will stop with that It's a premium cat Well, we will have lots of diamonds after this part Yeah 120 jumps Now let's continue the journey of the fear butterflies at rangers I already have the news on Facebook Oh man I have to save the news while I'm always You did it! It was a new card, but it was a new card 221.800 900 49 8 You did it! I hope I can see that there will be more So You did it! Wow I think it's a new card In the premium So Then I go here No No I want to So Why is this so empty? Is there really nothing hidden? Hello? Is there nothing hidden? Hello? 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 I guess there will be an update for this room Room I guess you will come here too Good And now Jumping I guess Woohoo! Though Wait a moment Just wait a moment Wait a moment Wait a moment Wait a moment No Real jumpin' No 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 Oh A one ב� That was Really close Ich glaube das Aufwärts ist verflucht The flow The flow The flow Und Spring Und Es hat zu springen So und springen und springen und da, bitte springen, aber, aber ihr habt gesehen, dass ich da auch springen wollte. Menno, jetzt ist mein Lichter wieder gesunken. Menno Blue, stell dich dich so an. Ich dachte, du kannst alles. Und, ja, danke, ist ja auch so gut. Da spielt es nicht. Ich hoffe, hier gibt es eine gute Entschiedlung. Das war keine gute Entschiedlung. Die Entschiedlung. Es sah dieses Muster in der Tür so aus wie Icee. Aber kann man das jetzt noch ein bisschen bevor. Schreibt es unter den Kommentaren, was ihr unter dem Symbol kennt und ich komme ja nicht wieder raus, also. Sorry. Sorry. Psst. 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 Lalalalalalalala, Skimashon. Let's continue with the next room. Oh, das sieht das geil aus, wow, ich lieb die Kaffee, ich lieb das Spiel. Best Entwickler ever, Rainbow hat eine gute Inshadow mit, zum Manga gemacht. Zum Manga, zum Manga, wie wird es ausgesprochen, zum Manga oder zum Manga? Ja, hallo und, hallo und, was bist du denn? Hallo, hallo, ich bin dauernd. Anscheinend sind sie, die explodieren. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Es ist ein, ich wollte es sagen, es ist ein Schalter, aber nö, da war nur für mich. Ja. Ja. Danke. Und zum Schalter. Thanks. So. A new platform. So. Waren da nicht noch mehr Gems? Hast du mir die Gems geklaut? Ich kenne das Video von dir, ich weiß, dass es hier just closed. So, ich stöhne. Ich stöhne. Drei Treffer, okay. Ein grüner Gem? Oh, was hat mir das jetzt gebracht? Ist das der achte rote Gem? Geht das als rot als Gem? Nein, ich drück's nicht. Schade. Hm. Ich, ich schade. Was da, was das sowas? Was da? Was da, was der Karte? Ich bin da, was das, dass die, 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 den, die, die, die wirklich ökeren, das Was da, was? Woauten. Ich, was die, 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 die sind. Was da, was da, was da? G6 Collector G6 Collector Da ist der Schlüsselabau Der Schlüsselabau Komm schon, hier muss irgendwo ein Secret sein, komm schon Das sieht hier doch verdächtig aus Hmm, nachdem nicht Hoh ich mir halt eben den sechsten Schlüssel G6 Collector G6 Collector G7 Ha, wo ist jetzt doch Ich wusste, ist das Lager in 100 Games, dass er kommen Es wird 16 Lass uns Karten verkaufen Yay So So Hier kriegen wir 12 Dias zusammen Boah schon 70 So Vorhin 36 haben wir keine Alter Nur ein Prämium Hier haben wir nur ein Prämium Die verkaufen wir, bekommen wir 3 Jumps für Habe ich auch noch einmal 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 Und habe ich auch noch einmal Okay Habe ich auch noch einmal Habe ich auch noch einmal Habe ich ne alte von Habe ich auch noch einmal Die verkaufe ich Boah und das ist alles Und ich sage Dank fürs Zuschauen Und tschüss bis zum nächsten Mal Bye